Ne, mit der Frau doch nicht. Doch, kannst du auch machen. Ich kann so in den Abgrund und dann springen. Wie? Schade, das will gar nicht einmal mehr. Es gibt offensichtlich drei. Nach links, nach links. Der war doch links oben. So, da ist mein Absatz. Komm her, kleiner Affenfreund. Das geht nicht. Doch, muss mir nach oben, nicht nach vorne. Achso, du musst auch lenken beim Werfen übrigens. Wie, wenn du schon fliegst? Kannst du einfach nur werfen. Nee, bevor, während das Prozess ist. Ja, ich drück nach oben. Und nach oben und nach links halt. Ach, das geht auch? Ja. Das ist mir doch hier jetzt hier. Ich muss das nochmal machen. Mach mal hier den Schnellste weg, Knopf. Nächster. Ich kann das nicht. Ich hab mir nicht alle Informationen gehabt. Ne, ne, jetzt mach er jetzt. Oder fliegen. Ich mach ja vorhin den Selekt knacken. Wo bist du denn? Du kannst doch fliegen. Ich möchte tauschen. Du kannst doch... Du wärst doch viel besser als ich. Aber weil du tauschen wolltest. Ich will zeigen, was du davon hast. Ja. Was geht das denn, wenn du nicht mehr? Hacke die knackerdie. Warte. Hier. Easy piece. Komm, wink mir. Ja, wahr. Ich mach. Ich glaub, du hast deine Dexion gemerkt. Oh, warte, 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 warte. Mööööö. Nein. Hier ist noch... Das Race ist schon im vollen Gange. Und die Zuschauer haben noch nicht alle ihre Tribünplätze. Verlasse. Kann ich springen? Wenn ich dich trage? Lass mich erst mal rein Ok Ich hab's eingesehen Darum kannst du mich damit Oh, da ist noch Keine Frage an die Zuschauer Habt ihr ein bisschen Krooks? Wer war das? Da ist so ein Typ reingekommen Lass uns mal unkommentiert so stehen Er hat nach Krooks gefragt Das hat uns ganz hirischen Hörspielcharakter Oh nein Du musst sie töten! Alle! Das hab ich nicht geschafft Da waren aber zwei unten und oben Ja, da hättest du mehrere Chancen Gehabt hättest du Also es wär schon ok gewesen Die kommen wieder sozusagen Nein, nein, nicht da runter Nach links Also runter, aber nach links unten Genau Da hätt ich Da wärst du gleich rickety-race-mäßig unterwegs gewesen Also endgültig Das ist kein Contest mehr Lieber Tag Ikaros Wir haben andere Wege entdeckt mit dem Spiel Spaß gemacht Mir geht das ist nicht mehr rar irgendwie Zum Träumen gewagt Ich kam auch gar nicht damit zurecht, dass es so schnell geht Guck mal hier Ja, ist egal Ich weiß doch nicht wo die sind Du musst halt mal oben mal unten Jetzt unten Nein Du hast zwei Chancen, verstehst du? Du kommst erst den oberen ab und dann den anderen Aber das geht ja gar nicht um Treffnis Nee, es ist crazy Es ist die verrückte Welt des Captains Ist das ein Kack-Video Ich weiß vor allem wirklich nicht, ob das jetzt das dritte Video ist Dann wären wir noch voll im Soll und das zweite Video Dann haben wir schon wieder so eine Überlänge Das zweite Das ist der dritte meine ich Du kannst ja auch mehr in der Mitte schneiden Das ist das dritte Gute Jetzt musst du mir helfen Laten wir wann ich hüpfen soll Alles klar? Ja Fahr geradeaus Hüpf Hüpf Hunden Hunden Mach dir mal Ach, wir sind gar nicht alle Das ist tolles Du musst nur lügt auch noch Das ist kackig Wir müssen rennen jetzt gegen die Du musst sie nämlich alle töten Du musst zehn hinter Du musst auf sie rausspringen Auf sie rausspringen Von hinten, wenn du schnell genug bist Nein, du darfst sie nicht anstiegen Du musst auf sie rausspringen Rums auf den Kopf Überholt, reicht auch Du musst sie nicht töten Du kannst sie auch überspringen Geh weg da Nein, das geht so nicht Hätte ich da hüpfen müssen? Uiuiui Kann ich auch sterben? Bestimmt Siehst du? Das ist schnell, ne? Viel zu schnell Das ist rickety-race Das ist rickety-race Man muss das gewinnen tatsächlich Wenn man eh erster wird Aber man ist verlor Stört man Hart Hart? Mhm Harte Regeln Wenn man nicht essen will, ist man tot Aber wie? Achso Harte Regeln Ich habe bestanden Wenn man nicht essen will, ist man tot Das stimmt auch Also nicht sofort Fuck you Ich glaube das ist das einzige Level, die wir uns ohne Mittelsteiger fassen Nein, super Ach nein, das ist gar nicht so, man muss gar nicht alle töten Aber wenn man sie nicht tötet Kriegt man nicht die Decay-Münze Die kippt man nämlich nur für den ersten Platz Das ist gar nicht so hart Das ist schon ein bisschen hart Vor allem ist das Rennen an sich schon hart Ja, stimmt So bestimmt Wo du dein ganzes Gefährt, das bestimmt der, wie viel wie mitsamt dir hochziehen musst Auf solchen sehr, sehr wackeligen Schienen Der erste gibt eine Banner Eine Banane Eine Banane Eine Banane Der zweite gibt eine Banane Der dritte gibt eine Banane Ich hoffe das immer zu sagen Naja, noch geht's eher Der vierte gibt einen ganzen Strauß Dein Stück Ein Strauß-Banan Ein romantisches Geschirr Noch ein Strauß Und der Tod ist direkt dahinter geparkt Das ist doch hier ein bisschen wie im Libanon Wir haben 284 Spieler verloren Ja, ich sag doch Wir brauchen den anderen Laptop nachher Dank dem DFB-Pokal Ja Ach! Aber er hat ja trotzdem eine Banane Ja, aber ich kann die oft anrennen Oh Mann, ich drehe das nicht in dein Spiel Aufpassen! Dann müssen wir speichern was Dann müssen wir den Token wiederholen Und dann machen wir das Video auf jeden Fall aus Das sind ja gleich drei Singer auf einem Also wenn wir nur Leben haben Ist das Video vorbei Kann natürlich sein, dass wir jetzt so viele Stauden einsammeln Dass wir wieder in den Libanon fahren können Ja, die Hungerstrecke Ich könnte aber auch sagen, dass das Video jetzt schon vorbei ist Ich hab mich verdacht The Rickety Race Ja, wir hatten es bis in die vierte Welt geschafft Das gefällt uns ganz gut Hast du Milch? Ich hab Milch Drei Liter Prasch! Vorsicht! Der Bass könnte wie auf deinem Kopf fallen Der ist nämlich echt sehr mobil da oben befestigt Pongspeed Bass, das ist live Und zwar ist der Bass an der Wand hinter seinem Kopf befestigt Bis bald! Könnte lange dauern bis die nächsten Diddy Kong Videos kommen Da kommt mir keine Zeit mehr Doch, aber Achso, wir spielen jetzt noch was anderes Tschüss! Tschüss!